Fast sechs Stunden lang verschanzte sich ein 35-Jähriger in der Fechteragentur für Arbeit und drohte damit, sich selbst das Leben zu nehmen. Hintergrund war dabei nicht das Beratungsgespräch, sondern ein Strafverfahren gegen den 35-Jährigen, das in der Vergangenheit lag. Schließlich konnte der Mann im Rahmen von intensiven Gesprächen davon überzeugt werden, sich medizinisch betreuen zu lassen. Es bestand zu keiner Zeit eine Fremdgefährdung.